Wir haben die Schluft über dir und der wird raus, das ist mein Kleiderschrank. Auf jeden Fall. Er versucht ganz leise aufzustehen, dass ich nichts mitkriegt. Ich habe auch nichts mitgekriegt. Bis zu dem Punkt, wo er an den Schrank gelockt ist. Aber volles Rohr. Ich kenne das, ich bin der letzten Nachtsabend, wo ich rausgehe, mit einem Tasten ohne Türen, wir haben so ein Garderobe, die Kettel und die Klamotten so halten und so, schranz! Ich habe so gut als ich gesagt habe, wann du nachts ausrufst, mach nicht. Ich will ja, dass du wachst. Ja klar, weil das Ding waschen. Das Problem ist halt, dass ich nicht gefasst habe. Ich bin komplett vollgas. Es war dringend. Aber so richtig so, rups, au! Dann probiere ich noch eins, zwei, trotzdem. Es gibt eine ganz einfache Lösung. Wir machen doch jetzt auch noch mal nichts. Ja, ich werde nicht wach davon. Aber wenn es dann ständig krabbelt, steht, dann geht es ja. Ich werde nicht so leise mit dem Gelrennen. Ist ja ganz gut. Also wenn du den Schrank aufmachst und dann wähnt er mehr auf den Kuschel. Das macht der Tom. 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 Vielen Dank.